Guten Morgen, liebe Welt! Ah, nice! Wir leben in der Yellow Submarine Das hätte nicht passieren müssen. Guten Morgen Tomek. Diese Fähigkeit, nice, die ist einfach okay. Oh yeah! Yeah Buddy! Was geht ihr, ihr Lieben? Seid ganz herzlich willkommen hier bei PoveraTV zu einem Community gegen den Rest der Welt. Und ja, die Fähigkeit von Echo, die ist einfach, die Ulti, die ist einfach OP. Ich glaube, man kann das so sagen. Ihr bewegt euch in der Position zurück. Ihr regeneriert Leben. Ihr macht richtig viel Schaden. Und auch die Gegner scheinen gerade zu wissen, mit wem sie es zu tun haben. Also, wir dürfen gespannt sein. Ist quasi ein Community gegen ein Community Game. Also, wie nennt man das dann? Ja, ein komplettes Community Game. Ist das so? Ja, irgendwie so kann man es nennen, denke ich. Ich spiele Echo im Jungle. Warum spiele ich Echo? Also, es ist natürlich euer Wunsch. Aber, das fand ich richtig krass in den Kommentaren, in den Nachrichten, die ich so erhalten habe, war Echo insgesamt in der letzten Zeit der meist gewünschte Champion von euch. Und viele haben einfach gesagt, PoveraTV, spiel bitte Echo. Wir freuen uns auch auf das Intro. Und wir wollen auf jeden Fall, egal in welcher Position, einfach mal sehen, wie du Echo spielst. Und ich habe mir überlegt, hey, im Jungle, da ist er jetzt in letzter Zeit vielleicht gar nicht mal so häufig zu sehen. Ist aber super gut. Er ist in der Mitte, er ist in der Toplane und er ist im Jungle wirklich gut aufgehoben und zu Hause. Und gerade im Jungle skille ich als erstes die W hoch. Yo! Die sind alle mega gut drauf. Nice, Alter. Also, das verspricht auf jeden Fall einen Spaß zu werden. Und jetzt geht es langsam los. Die W als erstes. Insgesamt werde ich die Q hochskillen. Und let's go! Was für mich mal Platin, das ist richtig. Platin war ich in der letzten Season. Dann habe ich ein bisschen gechillt, beziehungsweise ich packe halt gerne auch Trollpicks aus. So. Jetzt haben wir den. Haben beide unsere Tränke verbunden. Da braucht. Ich habe jetzt aber Smite. Das heißt, ich kann jetzt entspannt Richtung Red Buff gehen. Gegnerische Jungler. Shyvana. Okay. Ich muss einfach mal schauen, dass die Shyvana mich nicht vielleicht invadet. Shyvana vielleicht im Early noch nicht die allergrößte Power. Also, da hätte ich sogar mit Echo kleine Schanzen. Aber ich gehe mal auf Nummer sicher. Zack. Den haben wir. Zack. Und zack. Und damit habe ich mein Level 3. Da gucke ich nochmal schnell hier vorbei oder gucke schnell hier vorbei. Beide Lanes eher nicht sicher. Dann knüppeln wir hier mal einmal einen raus. So. Letzte Kent, das ich mitnehme. Jetzt gehe ich zurück. Hier kann ich nichts verbessern. Aber immer wieder für die nicht ganz so Sustain starken Jungler natürlich. Hunt is Potion. Das perfekte Item. Gönnen wir uns. Und 350 kann ich auch noch warten. Was ich bei einigen gehört habe, also in den Kommentaren. Und die haben mich auf meinen Bro, auf Mike verwiesen. Die haben gesagt, hey Poirot, mit nicht so Sustain starken Junglern kann man auch ganz anders junglen. Und zwar, man macht den Gromp mit Hilfe des Pulls. Dann geht man hier in Richtung Wölfe. Und nach den Wölfen geht man zum Red Buff. Und dann hat man auf jeden Fall Smite wieder ab. Ihr habt aber gesehen, mit Echo bin ich doch ganz gut durchgekommen. Hat zwar ein bisschen länger gedauert, aber es hat gepasst. Und Renekton, ja sei nicht gneit. Und Echo ist so geil. Dieser Champion hat so viel Utility. Jetzt in letzter Zeit sehe ich ihn doch ein bisschen seltener. Also immer noch die Tank Echo Variante wird ja schon gerne gespielt. Aber insgesamt ein bisschen seltener als früher, wo er sozusagen ein Must Have im Team war. Oder eben ein Must Bun. Aber im Moment ist es so, dass er wohl relativ gut gebalanced ist. Oh, mit Shyvana sogar. Wow, Vorsicht Jinxie. Vorsicht Jinxie. Shyvana Level 4. Okay. Was hat sie? 18 CS. So. Beide weggeklatscht. Jetzt bin ich auch Level 4. Jetzt würde ich doch gerne mal versuchen. Level 4 gegen Level 4. Ich würde das gerne mal versuchen. Der Stunt von Echo ist einfach nur genial. Wow. Oh, er hat uns beide erwischt. Er hat uns beide erwischt. Heftig. Heftig, heftig, heftig. Alter. Wow. Da hat der Bard aber richtig viel Schaden gemacht. Wie sieht es jetzt hier aus? Rennington gegen Echo. Da würde ich sogar mal vorbeikommen. Rennington Level 6. Hat jetzt aber auch gepusht. Spielt eine offensive Variante hier mit Tiamat. Okay. Hier ist nicht mal ein Ward. Aber es nützt trotzdem nix. Hier nützt es gerade auch nix. Na komm schon. Da muss er jetzt nach vorne gehen. Nee, komm. Ah. Ah. Der war close. Der war close. Der war close. Ich dachte. So. Okay, ich bin Level 4. Also sollte ich jetzt schon nochmal zusehen, dass ich jetzt schnell mal auch mein Level 6 bekomme. Weil gerade Level 6. Deshalb habe ich mir diese Fähigkeit auch natürlich fürs Intro ausgesucht. Upp. Genau diese Fähigkeit ist. Hipp. Komm. Oh ne ey. Das hat echt nicht ganz gereicht. Er könnte ultihen. Wird er? Er hatte nicht genug Mana. Ah, das war echt schade. Ich bin extra ein bisschen hinten geblieben, weil ich davon ausgegangen bin, dass der gleich ultiht. Genau. Aber Shyvana No Flash. Und Echo auch schön auf dem Rückzug. Also das passt schon insgesamt. Shyvana Level 6. Ich bin Level 5. Bin ich ganz so schnell durch den Jungle gekommen. Das sieht man hier. Bei mir kann ich mir auch ein bisschen Erfahrung mitnehmen. Modifying. Na in der Botlane geht der ganze fight. Oh nein! Ich bin raus. Ich denke ich bin raus. Kann sein, dass Echo noch versucht, hinter mir herzukommen. Ah, da. Er spielt sogar den Tank, Echo. Ja, Hilfe. Okay, es wird nicht reichen, es wird nicht reichen, es wird nicht. Ah, schön. Tf auch im richtigen Moment noch da. Alter, dieser Bard, dieser Bard, der trifft auch immer wieder seine Cues. Okay, Stalker's Blade für mich und ich spiele jetzt zum Beispiel gar keinen Tank, Echo. Ich mag die Variante nicht unbedingt, weil ich einfach das Gefühl habe, mit der Ulti seid ihr mehr als sicher genug. Gut, ich brauche jetzt natürlich erstmal mein Level 6, dann habe ich meine Ulti. Aber diese Ulti, dieser Positionswechsel, die Verwirrung auch, das Mindgame, das für die Gegner entsteht, wir haben es ja gerade gesehen, letztendlich war das für mich auch ein Mindgame. Echo ist weggelaufen, ich bin davon ausgegangen, der ultit noch, weil Renek ihn sonst vielleicht mit einem Auto-Attack hat. Er ist aber dann weitergelaufen, also mich hat das halt verwirrt. Und das verwirrt natürlich nicht nur mich, sondern auch entsprechend natürlich die Gegner. So, hier geht ziemlich, hier geht schon ziemlich viel ab, aber ich brauche jetzt auch erstmal mein Level 6. Naja, was ist hier? Hier ist nix. Gut, jetzt habe ich Level 6 und Ezreal ist ein bisschen schwach. Okay, den haben wir. Den haben wir. Dankeschön. Danke, 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 danke. T-Ed. Ah, guck mal, wie sie da steht. Guck mal, wie sie da steht, ey. Oh, shitty. Okay, das hat mich vielleicht gerettet. Okay, rausgeflasht. Jetzt kommt Bart. Jetzt kommt Bart. Da können wir ran, da können wir ran. Schade. Okay, nice. Das Schild! Oh, ho, 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 und meine Ulti, die sakt mich da total. Oh, ich brauche die Vision. Kriege ich nicht mehr. Yes, das haben wir gebraucht. Das haben wir gebraucht. Oh, good job. Das Schild von der Weh. Ich finde es so krass. Es ist ein Slow, es ist ein Stun Engage und es ist gleichzeitig noch ein Schild. Also ja, die Kombination, ich sag's ja was an Echo. Wow, erstmal richtig Fakt ist, dieser Champion ist nicht super einfach zu spielen, aber man muss ihn auch nicht ultra lange lernen. Also es gibt mit Sicherheit Champions, die haben ein geringeres, ein tieferes Skill Cap, aber es gibt auch Champions, die sind deutlich schwerer zu spielen. Also Echo liegt da irgendwo in der Mitte, aber um ihn richtig einschätzen zu können, muss man auf jeden Fall zwei, drei Übungsgames mal mit ihm gemacht haben. Aber wenn man das dann drauf hat, dann profitiert halt das Team so extrem davon, dass ihr diesen Champion könnt und man kann mit Echo auch wirklich schön, wirklich schöne Games carry. Sechs zu sieben. Ich kann jetzt nicht sagen, die Community rasiert oder die Community dominiert, denn wir sind hier, so wie ich das gesehen habe, alle aus der Community. So, jetzt mit Lunik Echo ist nochmal der Schaden schön erhöht. So, mit dem Pot komme ich super durch. Und das Geniale ist, dass ihr mit Echo auch wirklich kaum sterbt. Aufgrund dieser Ulti halt. Oh, hat es uns beide erwischt. Boom. Oh, hat es uns beide erwischt. Und der gegnerische Echo war auch noch da. Okay. Jetzt also, was steht denn hier als essentielle Items? Dead Man's Plate. Interessant. Und, warte mal, Stundenglas ist für ihn überhaupt nicht essentiell? Ich finde es absolut essentiell. Also da gehe ich mit Riot absolut nicht konform. Dead Man's Plate für... Dead Man's Plate ist auch schön, aber das als essentielles Item. Also ich sehe absolut Stundenglas. Okay, vielleicht sehen sie da eher den Tank Jungler. Nee, Runic Echoes. Aber ansonsten, warum ist Stundenglas so essentiell? Weil ihr könnt engagen. Macht ihr ja sowieso eventuell mit eurer W. So wie ich es gerade versucht habe, aber Lux hat uns da leider perfekt getroffen. Aber ihr engagt, dann setzt ihr vielleicht Stundenglas ein. Und in dem Moment, wo ihr Stundenglas einsetzt, habt ihr die Zeit, dass euer Schatten, dass euer Schatten oder dieser zeitverzögerte Echo aus der Ulti, dass der genau auf eure Position wandert. Und dann könnt ihr die Ulti zünden, um dann natürlich im gegnerischen Team für noch mehr Ärger zu sorgen. Also das muss man nicht immer so spielen, aber deshalb sage ich, man muss diesen Champion mal ein bisschen geübt haben, ihn dann richtig einschätzen und dann funktioniert das schon. Oh, das nenne ich ja mal perfekt erwischt. Nice. Oh man, mit diesem Stun 1,75 Sekunden und das in der Phase schon. Na, ich will den App weghaben so. Oh, ich habe mich echt noch erwischt. Oh, komm schon. Und weg. Frage ist noch. Nein, ich wollte meine Ulti nicht zünden. Hätte ich es aber mal gemacht und es war der letzte Ignite-Tick. Aber auch hier habt ihr gesehen, was für tolle Dive-Möglichkeiten ihr habt. Da hätte man allerdings... Oh. Oh. Die sind perfekt gecatcht. Die sind perfekt gecatcht. Brom ist tot. Oh, oh, oh. Ich würde mich wundern, wenn er nicht tot ist. Jetzt. Die Schuhe. Ah, der letzte Auto-Tag, der hier noch durchging. Warte mal. Schuhe wären mit Sicherheit jetzt keine schlechte Wahl. Okay. 2-2-4. Das eine Mal hätte ich jetzt gerade nicht sterben müssen. Ich hatte noch Flash, hatte noch Ulti. Also, dann lieber auch die Fähigkeiten einsetzen, statt zu sterben. Aber, naja. Ich wollte so... Ich wollte eigentlich ganz knapp überleben, ohne dass die Ignite mich tötet. Aber es war der letzte Tick. Also, my bad an dieser Stelle. Oh, wir haben eine Maraninie. Nice. Habt ihr das schöne Mindgame gesehen, das ich diesmal gespielt habe? Holy. Holy. Ich glaube, die sind da zu viert, ja. Oh mein Gott. Hat das schön getroffen. Und raus. Ah. Die Frage ist, wenn die... Oh. 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 Oh, Double für Shyvana. Der will es mit Sicherheit wissen, so wie ich es hier wissen will. Aha. Hier haben wir den Ward. Oh no. Oh no. Oh no. Anbarth ran gesprungen, dann direkt weg geflasht und der hat mit seiner Q... Oh mein Gott. Jetzt muss ich nur aufpassen, dass hier kein... Ne Ult. Ich hab doch gesagt, ich muss aufpassen, dass keine Ulti von... Von Ezreal kommt. Wo kam die denn her? Ich hab ihn sogar... Ich hab ihn extra noch angeguckt. Okay, weiter Richtung Stundenglas. Auf jeden Fall ein wichtiges Item für mich. Wie sieht es jetzt aus? 17 zu 13. Jinx stark. Ezreal aber genauso stark. Echo Rannickton auch auf ähnlicher Höhe. Die Lux macht einen super Job. Und ich bin auch auf jeden Fall hinten gegen die Shyvana. Schön Tower mäßig, aber 2-0. Okay, mein Red Buff hat sie geklaut. Oh, schön. Eieieiei. 3 zu 1 ging das Ganze aus. Ah, na klar. Ich hol die direkt raus. Ich hol die direkt raus. Das ist sonst... Das ist sonst zu gefährlich. Da werde ich schön gesandwiched. Hüpp. Nooo. Okay. Ich weiß nicht, ob er geschwieben hat oder was da los war. Nein. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wie kann man nur so knapp überleben wie Jinx? Das lag. Sweet. Wieso macht Bord so einen Schaden? Steht 20 zu 16 Stunden Glas. Kriegt er da noch wen? Das wäre natürlich genial gewesen. In 20 Sekunden ist der Blue Buff für mich da. Okay. Okay. Okay, Stundenglas habe ich eigentlich so gut wie. Ohoho! Ob da noch was gehen kann? Ob da noch was gehen kann? Renekton ist fett. Renekton ist schön... Da gibt es noch einen Support für mich. Schön! Noch ein paar schöne Rockets von Jinx. Und ich habe jetzt mein Stundenglas. Boah, und das hätte ich gerade so dringend gebraucht. 2, 4, 8. Hm, das läuft nicht ganz so geschmeidig wie ich es mir erhofft habe. Aber nichtsdestotrotz, ihr seht, Ekko ist auf jeden Fall ein super starker Jungler. Und jetzt, hm, Deadman's Plate. Ich glaube, das ist jetzt schon eine gute Wahl, weil ich doch einiges an AP habe. Das coole ist, immer wieder, wenn ihr eure E benutzt, also zum Gegner euch ran teleportiert, oder halt auch euren Gap-Closer nutzt, dann lädt sich ja Deadman's Plate ein bisschen auf. Und dadurch, dass ihr hier einen Auto-Attack habt, entladet ihr auch sofort die Power und damit den zusätzlichen Schaden. Oh, das läuft. Oh, das läuft. Sauber. Wow. Wow. Da würde ich gerne Diven, ehrlich gesagt. Yes. Und sie haben sie sogar. Yes. Yes. Diese verdammte Utility, die dieser Champion mitbringt. Alle 6,5 Sekunden ein Dead-Closer des Todes, ey. Haha, wie geil. Ich brauche jetzt nur genug Mana. Uh, wen haben wir denn hier? Wen haben wir denn hier? Eine kleine Shyvana. Und ich hole mir jetzt meinen Red Buff. Ja, klar. Nein! Ey, wie gut macht sie das bitte? Wie gut, Jeff Shyvana. Ähm, Magie-Durchdringungsschuhe. Ich will einfach nur mehr Schaden haben. Ach, ich bin ja rübergegangen. Danach hätte ich zurück Ultilen müssen. Also sie waren natürlich schnell rüber. Wupp. Ja, Jinx macht auch gut Damage. 12,5. Mhm. Sehr gut, was sie hier macht. Ah, schade. Die Skalierung ist ja mega stark von ihrer Cube. Wupp. It's not enough. Oh, it's not enough. 28 zu 23. Die Gegner machen das verdammt gut. Der gegnerische Ezreal ist sehr stark. Und jetzt raus. Jetzt bin ich raus. Oh, yes. Und gleich die Stats erst mal ins positive Nirvana befördert. Das ist geil. Das ist sehr, sehr geil hier. Hit. Yo. Brown. Du bist der Wahnsinn. Ich hoffe, du siehst das im Video später. Du bist der Wahnsinn, Junge. Wie geil, Alter. Und inzwischen, wie steht Echo? Oh, Echo 1, 3, 6. Ja, wenigstens da bin ich der Stärke, Echo. Das gibt mir ein bisschen genug Tuung. Jetzt die Frage. Rabadons oder Lichbane? Ich mag Lichbane unheimlich gerne. 10% Cooldown Reduction. Die nimmt man gerne mit. Und einfach dieser Sheen Proc. Ich habe ja gerade schon gesagt, was man für eine Synergie hat. Auf der E von Echo mit Deadman's Plate, mit dem Gap Closer. Und genau dasselbe gilt für Sheen. Ihr habt die E. Ihr habt also eine Fähigkeit aktiviert. Dadurch nehmt ihr sofort die Passive mit. Also hier das Spellblade. Und in dem Moment habt ihr auf jeden Fall den zusätzlichen Schaden auf euren nächsten Auto-Attack. Boah, dieser Champion kann was, ey. Dieser Champion kann was. Also wirklich, wenn ihr Bock auf ihn habt, dann wäre das das Allerletzte, euch davon abzuhalten. Denn Echo ist einfach... Der ist fantastisch. Er macht Spaß. Er ist stark. Er kann Games Carrying. Also er hat eigentlich alles, was man sich von einem Champion wünscht. Hipp! Oh! Was? Wo ist die hin? Ich konnte meine Ulti nicht mehr zünden. Holy Crap! Ich konnte die Ulti nicht mehr zünden. Ja, den haben sie nicht mehr erwischt. Braun will nochmal ran. Ey, dieser Braun, ne? Und da ist er weg. Hopp! Und da ist er weg. Okay. Das verkaufen wir jetzt. Brauchen wir nicht unbedingt. Ich gehe jetzt erstmal Richtung Deadman's Plate. Waschinen ist erstmal okay. Die 10% Cooler Reduction. Und die schwächere Version des Spellblades habe ich hier auf jeden Fall. Schon mal mein Farm regiert. Oh, ist okay. Well played, Bro. So, es wäre vielleicht mal Zeit, auch den ein oder anderen Drake zu kontrollieren. Ich konnte wirklich gerade nach dem Stundenglas meine Ulti nicht mehr zünden. Aber Bart mich, glaube ich, sofort weggestunt hat. Okay. Oh! Wie genius! Da können wir aber noch. Oh, komm! Hab ich die? Ich hab sie. Komm! Nein! Komm! Was? Oh! Oh! Es hat nicht ganz gereicht, als meine Q durchkam. War das nicht der dritte? Okay, aber die Gegner sind geacet. Sauber, 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 sauber. Also alles in allem ein wirklich schöner Teamfight. Und ich glaube, es ist jetzt ein bisschen besser mit meinen FPS geworden. Auch wenn die vielleicht noch nicht optimal sind. Aber ich glaube jetzt, jetzt ruckelt es und laggt es nicht mehr ganz so hart. Aber ich glaube, sie macht einen tollen Job. Aber ich glaube, sie macht einen tollen Job. Also, Braum macht das super, aber auch Bart. Richtig klasse. Guck mal, wie er mit seinem Journey hier kommt. Komme ich da dazu? Eigentlich will ich noch gar nicht. Ich habe noch Stunden gelassen. Im Grunde habe ich noch alles ready. Nein, komm schon. Die müssten wir doch haben. Die müssten wir doch haben. Sie hat die Rollerty leider, also für uns nicht leider, aber in die falsche Richtung gehauen. Und hat fail. Sie schreibt das selber. Ich bin auf dem Weg, ich bin auf dem Weg. Und? Komm, okay, den haben wir trotzdem. Nein! Das kann nicht sein. Sowas kann nur nicht sein. Ernst, nein. Boah! Wie schnell zerreißt sie mich. Schwaner. Ah, noch mit nur Wit's End. Boah, der prozentuelle Schaden ist heftig. Ne, was Prozent? Doch, hier. Die 4 Prozent. Der prozentuelle Schaden. Plus dann hier noch auf den Autotechs. Und der verbundene natürlich da mit Attack Speed. Okay, weiter Richtung Lichbane. Ich hole mir jetzt mal einen Blasting Wand. Danach noch einen Ravadons. Und dann bin ich ja eigentlich soweit ready. Und das ist auch ein Bilz, der mir dann auch gut gefällt auf Echo. Schade, dass ich achtmal gestorben bin. Ich habe ja gesagt, mit Echo stirbt man dann am Ende doch nicht mehr so oft. Aber das habe ich jetzt ein bisschen unterschätzt. Auch vielleicht, weil ich ein bisschen länger nicht gespielt habe. Auch ein Signal dafür. Vielleicht für euch, wenn ihr jetzt Bock habt, ihn zu spielen. Ihn doch mal zwei, dreimal wirklich. Es ist ja jetzt auch ein Normal. Ihn einfach mal ein bisschen auszuprobieren. Mit anderen vielleicht auszutauschen. Auch sich nochmal Tipps einzuholen. Den ein oder anderen Guide nochmal zu lesen. Und wenn man dann sagt, okay, jetzt nach zwei, drei Spielen. Ich bin ready. Dann kann man ihn hundertprozentig in einem Ranked auspacken. Also wie gesagt, im Ranked, das habe ich am Anfang schon erwähnt. Der ist für jedes Team eine Bereicherung, wenn er gut gespielt wird. Ach, die haben echt Baron gemacht. Wow. Renekton ist nicht da. Ich bin bereit. Wow, aber ohne Renekton haben wir hier auch gerade gefightet und die Gegner hat einen Baron. Das waren keine guten Aussichten. Oh ja, oh ja, der Stunt, der kommt super. Dass das nicht reicht und Renekton wird wieder greedy. Nicht so gierig. Nicht so gierig. Okay, immerhin haben wir bisher nur... Oh, da können wir rein. Da können wir... Ah, da hätten wir reingekonnt. Jetzt müssen wir schneller an den Elder Drake ran. Wupp. Ich habe ihn noch nicht gefunden. Wupp. 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 Komm schon, und, no, 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 wie ist es ausgegangen, nur unsere Jinx lebt noch und das über close. Hier haben wir Azrael und Bart, ich glaub, die können aber den Elder Drake nicht zusammen machen. Puh, das war ein... Nein! Nein! Oh, was für GG. In 5 Sekunden lebt hier wieder. Oh, das war bitter, das war bitter. Jeff! Hast du, oder? Ne? Hat der... Blitzband hat er, da hätte er noch einen Auto-Attack sitzen können, glaub ich, oder? Was passiert hier? Was passiert hier? Braum, Braum ist der Nächste. Und weiter geht's. Bumm! Oh Mann! Unser Nexus hat noch ein paar Leben. Das können wir packen, das können wir packen, Baby. Jetzt alle hier ran. Alle hier, der Elder Drake. Komm schon, den habt er. Yes, den habt er. Den habt er. Und wieder ist einer tot. Und die Dead-Timer sind jetzt einfach so elendlang. Ab zum Elder, Freunde. Ab zum Elder. Den brauchen wir. Ich hoffe nicht, dass die Gegner den machen. Hier, sie machen ihn sogar. Oh, sie machen ihn. TF hatte seine Ulti. Das hätte er checken können. Na Jinx, holst du hier noch deinen Red Path? Jinx, Red. Oh, TF macht da noch Split, oder was? Lass uns mal zusammenbleiben. Ich glaube, wir können einen Fall schon noch gewinnen. 49 zu 44. Geiles Ding auf jeden Fall. Und jetzt backen hier. Oh ja. Ja, oh die. Ach so? Ja, ich habe jetzt das спガt. Oh ja. Und jetzt gerade pharmacy auf. Ich 버�lei. Ich habe jetzt einen Fall auf. Dann mache ich unsere Schläger und fahrzeug. Und dann mache ich unsere Schläger. Und dann mache ich die Schläger hin. Ska? Und dann mache ich unsere Schläger und fertig. Und dann mache es eine Schläger. Schade? Ach so dein Nummer und die Schläger und eine Schläger. Wir können auch nach das ein. Oh, warte mal, haben wir das? Wow, haben wir das? Endet. Alter, haben wir das Game in der Tasche oder was? Sie chasen Bart. Nur Bart lebt noch. Ey, wir haben das, wir haben das, wir haben das, wir haben das, oder? Sie chasen Bart. Stattdessen hätten wir das einmal beenden können. Oh, weg jetzt, weg jetzt, weg jetzt, einfach nur weg. Oh Gott, wenn wir jetzt wegkommen, das wäre ein Traum. Einfach nur weg. Leute, einfach nur weg. Oh mein Gott, wo porten die sich da weg? Die werden Baron sogar super schnell jetzt machen. Die werden jetzt super schnell Baron machen wollen. Oh, da ist Jinx tot. Ey, wir hätten da einfach nur zurückgemusst. Das gibt's doch gar nicht. Okay. Okay, Rabbidons ist auch ready. Holy! Ey, der Schaden ist so genial! Ja, ich hab die, ich hab die Shyvana. Komm! Und, boom! Yep! Wie viel Damage! Wie viel Damage hat der denn gerade da mitgemacht? 200? Hä? Oh mein Gott, was für ein verrücktes Game! Was für ein verrücktes Game! Ich komme darauf einfach nicht klar. Jetzt nochmal ein Pott. Jinx, lass den Nash steppen. Das ist keine schlechte Idee. Okay. Inhibitor haben sie nicht bekommen. Das ist geil. Wir haben noch einen Inhibitor. Also ein bisschen, ein bisschen mehr Druck haben wir auf jeden Fall. Wenn sie euch kriegen, ist es zu Ende. Ganz genau. Okay. Ich gehe auf, das ist ein bisschen mehr alles. Okay. Ich gehe auf, was für ein bisschen zu handmade. Ich gehe auf, was für ein Barsch. Nice, die haben wir, oder? Ja. Yes, hier war Lux, Renekton rein da, der fette Engager, ja, da ist er drin. Hm. Hm. Vielleicht könnte ein-, zweimal mehr seine Ulti zünden. Um vielleicht auch zumindest dem eigenen Team auch mal ein bisschen Vision in den richtigen Momenten zu geben. Okay, Pot wird refreshed, 533 AP. Okay. 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 Hup, hab ich. Yes. Schön einen rausgepickt. Schön einen rausgepickt. Darum geht's doch. Darum geht's doch. Yes. Sollten wir was haben, oder? Ah, Bart! So einen perfekten Stun. Genau, nehmen wir den in den Hip noch. Oh nein, Jinx ist in Gefahr. Oh nein, Jinx ist in Gefahr. Was ist das für ein Spiel? Leck mich fett am Amokka. Jinx-Ulti. Ja, macht sie gut. Ah, okay. Da kommt nichts. Sauber. Oh mein Gott, jetzt habe ich wieder die Lecks des Todes. Ich sehe es, Freunde. Sorry. Oder FPS-Drops, sagen wir es mal so. Oh, wie gern hätte ich jetzt an der Stelle einen Ocean Drake. Der einfach so peu à peu unsere Leben regeneriert, wenn wir in diesem Rum-Tanz-Modus sind. Ha, guckst du ja, ne? Ich wollte ihn gar nicht anfangen. Ich wollte ihn gar nicht anfangen. Woh! Oh Shit! Holy! Wir sind geacet! Wir sind geacet! Es ist nicht dein Ernst! Wir sind doch nicht geacet! Und das war's! Ey, was für ein episches Spiel! Einfach nur genial! Also ich kann einmal Danke sagen an alle, die hier mitgespielt haben in meinem Team, aber auch an alle, die im gegnerischen Team waren und an alle, die zugeschaut haben. Das war ein episches Spiel. Genauso wünscht man sich League of Legends. Es dauert lange, es ist spannend, es geht hin und her und ja, so mega grobe Fehler habe ich jetzt auch nicht gesehen. Von daher, jeder macht da seine kleinen Fehler, jeder hat aber auch super geile Moves hingelegt. Gebt da einen Daumen hoch, wenn euch das Ganze gefallen hat. Mit den FPS-Drops, ich weiß, ich weiß, PC wird demnächst aufgerüstet. Bis dahin, meine Freunde, ich bin dein Tomek. Ciao, ciao!